Das Vertrauen zwischen Wählern und Politik hat in den letzten Jahren auch in Salzburg, Stichwort Finanzskandal, stark gelitten. Die ÖVP setzt für ihren Wahlkampf daher verstärkt auf Bürgerbeteiligung. Wir wollen eine Bewegung für unseren Landeshauptmann Wilfried Haslauer starten, eine überparteiliche Bewegung und dabei nicht nur auf wenige Prominente setzen, sondern auf die Menschen aus Salzburg, aus allen Schichten und Berufsgruppen. Das Wahlkampfbüro im Herzen der Stadt Salzburg steht daher allen Interessierten offen. Wir wollen uns nicht in die Parteizentrale verstecken, sondern auf die Menschen zugehen und sie zum Dialog, zum Mitmachen, zum Mitdiskutieren, zum Mitstreiten einladen. Es geht uns darum, einfach die Breite unserer Volkspartei darzustellen und auch die vielen verschiedenen Themen, die wir abdecken. Und ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, um auch ein gutes Wahlergebnis zu erreichen. Vor allem bei den Jungen kommt dieses Angebot gut an. Schließlich sollte man sich vor einer Wahl gut informieren. Ich bin sehr positiv überrascht, wie stark qualitativ und inhaltlich die Jugendlichen sich einbringen. Auch kritisch, aber das ist auch gut so. Also ich finde es ganz wichtig, dass sich die Jugend auch an der Politik beteiligt, beziehungsweise auch mal hineinschnuppert, wie ich es momentan eben tue. Und ich zitiere jetzt, also sich nicht verwalten lassen, sondern vielleicht auch mitgestalten. Und ich glaube, das ist einfach ein Anliegen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Deshalb bin ich hier. Ja, also wir merken das, dass gerade junge Leute das mögen, dass da, wenn sie spazieren gehen in der Stadt Salzburg, einfach einmal vorbeischauen und interessiert sind und da einfach niederschwellig sich ein Angebot abholen können. Aber wie du sagst, auch eben mit Politikern ins Gespräch kommen können, weil es ist immer wer von uns da und man kann einfach über Themen diskutieren. Und man kriegt auch ganz viel Rückmeldung, wo es einfach falsch läuft oder wo man vielleicht noch ansetzen kann. Wichtige Themen, die in der nächsten Legislaturperiode anstehen, gibt es genug. Unter anderem die Dauerthemen Wohnbau und öffentlicher Verkehr. Wir brauchen einen vernünftigen und stabilen Pfad, was die Finanzen betrifft. Das heißt keine neuen Schulden, keine Spekulationen, sondern ordentlich stabile Verhältnisse. Wir müssen die Herausforderung der Digitalisierung, Ausbildung, Wirtschaft und Arbeit lösen. Das heißt, das kommt in den nächsten Jahren sehr stark darauf an, wer Salzburg führt. Welche Richtung unser Bundesland in den nächsten fünf Jahren einschlagen soll, entscheiden rund 390.000 Wahlberechtigte. Ja, wählen gehen ist ein großes Privileg und ich finde es sehr traurig, dass das einigen Menschen offenbar nicht bewusst ist. Wählen gehen bedeutet aktiv auch daran teilzuhaben, wie sich das Land entwickelt, das Land aktiv mitzugestalten. Und wenn man schon das Wahlrecht auf einem Silbertabletze, wie ihr es bekommt, soll man auch gebraucht davon machen. Deshalb glaube ich, ist das ziemlich wichtig. Ob es hier nach der Wahl etwas zu feiern gibt, zeigt sich am 22. April.